Musik 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 Wir fahren jetzt wieder raus zu dem Hof Weil der Bauer jetzt gekommen ist Der sagt uns dann was wir für Holz aufladen müssen Der Vater fährt wieder mit dem Bullock nach Das kann ein bisschen dauern Ähm Aber Dann fahren wir endlich Holz Musik 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 Oh mein mein Der Bravkort Urbund Ich gehe jetzt zurück So schon Musik 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 Jetzt mal, wenn ich da hinten fahre, auch am Doft, dann krieg ich noch ein Reisstuhl. Ja, mit der Papsa, ohne Mut, ganz eh ein Wetter, oder? Ja, das wäre es. Ja, das ist so gut. Gut. Alle Rad rein. Ich kann es nicht ausmachen. Aber ich kann es nicht ausmachen. Das sind die Häuser ganz geschmeidig. Aber unsere Batterie ist halt hier. So, dann tun wir auflohnen. Die Flucht ist in der Hölle Stil machen. Die Flucht ist in der Hölle Stil. Am Ende haben wir dich. Die Flucht sind in der Hölle Stil. Man wird uns. Die Flucht sind in der Hölle Stil. Die Flucht sind in der Hölle Stil. Da war's für mich. Dies ist immer sehr disappointment. Die Flucht sind weg. Man muss es gehen. Ja, das war's für dich? Wögel! Es ist wirklich steil. Es ist wirklich steil. Dann wird erst was der für wahnsinnige Kraft hat. 34 PS 90 Newtonmeter ungefähr. Aber es wird nicht mehr. Wenn du heute einen Lastpunkt voll abkriegt hast an 40 Tonnen, dann kommst du auch nicht schnell aus. Für das, dass der so schwach ist, ist der ganz stark. Das ist wirklich steil. Der Berg fährt mit dem gleichen Gang runter, weil ich heiße. Das ist wirklich steil. Ich bin seit der Fahrer. Ich bin seit dem Setport da vorne mit dem Setport. Das ist nicht da vorne drin, da muss ich jetzt. Alles gut! Jetzt sind wir daheim, jetzt gibt es Mittagessen und dann anladen. Da ist natürlich noch ein bisschen Holz draus und das Gespann, das ist echt geil. Wollen wir schon sagen, oder? Ja so, und hat es Ihnen gefallen? Ich glaube schon, deswegen wird es noch ein bisschen geil. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und Servus, bis zum nächsten Mal.